Im Vorsitz, heute wäre das für die Partei der Silke, hat Fissner natürlich eine große Erleichterung. Mit dem streichen des zehn Parteienahmen hat die Partei ja versucht, jüngere, urbanere Wählerschichten anzusprechen und sich ein moderneres Image zu geben. Das hätte sich dann nach einer langen Durststrecke in den kantonalen Warnsumst des Kantonalen Amts doch noch aufgeteilt. Sprechen wir noch über die FP, die zweitsteigste Kraft im Land. Das zuoberst, sagt dem Sördenbarometer der Menschen in der Schweiz, stehen die steigenden Kraftstoffpläne, das Konstituierung, müsste ja eigentlich der FP in die Karte spielen. Ja, das hätte dann effektiv Wirkung gezeigt, dass die SP drei Themen im Wahlkampf im Vorgrund hatte. Die Kaufkraft war eines dieser Themen, Klimaschutzgleichstellung die beiden anderen. In den letzten Wochen, also mein Eindruck hat, die...